Hallo zusammen. Hi. Ich bin der Erik. Und ich bin der Sven. Heute geht es um Mimi Rutherford und die Fälle Folge 2, Nachtexpress. Es ist eine abgeschlossene Geschichte und die Folge geht etwa eine Stunde und es ist das Genre Krimi. Mimi Rutherford reist mit dem Nachtexpress nach Glasgow. Gerade vertieft in einer Kriminallektüre geschieht dem Nebenabteil ein brutaler Mord, doch der Mörder ist spurlos verschwunden und nicht auffindbar. Und jeder Passagier im Waggon kann der Mörder sein. Energisch beginnt Miss Rutherford mit den Ermittlungen. Wird sie den Mörder finden? Wie ihr wisst, versuchen wir ja einen Schwierigkeitsgrad zu ermitteln, wie aufmerksam man zuhören muss bei dem Hörspiel. Es ist eine recht angenehme Folge. Ja, also generell finde ich jetzt die Rutherford-Folgen jetzt nicht so komplex. Doch, es gibt schon Unterschiede bei den Fällen. Ja, aber es ist niemals so weit, dass ich sage, mir raucht der Kopf. Nein. Und das meine ich ja. Also deswegen ist es immer schön flüssig erzählt, weil die Miss Rutherford ist ja auch so eine, die gerne auch langsam erzählt. Sie hat ja diese ruhige Art. Genau. Und deswegen finde ich das ja schon beruhigend, mehr oder weniger auch ihr zuzuhören. Und es ist ja auch öfters ja so trotzdem, dass man so Momente hat, wo man ja alles Revue passiert und nochmal erzählt. Also, was hatten wir denn nochmal? Also, und dann wird nochmal alles aufgewirbelt und überlegt. Und deswegen ist es ja so, auch wieder wie Butter kommt man wieder schön mit. Aus diesem Grund haben wir uns von einer Skala von 1 bis 10 auf eine 5 geeinigt. Genau. Ja, ich finde den Anfang schon ziemlich cool, wo sie da ihr Büchlein hat, diesen Schundroman in Anführungszeichen lief und gelangweilt ist eigentlich, weil sie ja unheimlich gerne Leute so ausquetscht. Ja, und ja, sie ist allgemein auch ein sehr geselliger Mensch, die immer gerne und viel redet und halt, ja. Genau wie deine Mutter. Ja, sie spricht ja auch jeden an. Ja, aber so skrupellos. Wirklich so aufdringlich. Aufdringlich ist das Wort. Und ja, sie stellt auch teilweise auch wirklich sehr unangenehme Fragen dann teilweise. Teilweise. Ja, und vor allem, wenn sie ja abserviert wird, interessiert sie nicht. Nee, überhaupt nicht. Die quetscht dich weiter aus. Selbst wenn sie also schon sehr schroff abgewiesen wird, die wird auch nicht bösartig oder irgendwas im Gegenteil. Nee, aber dann macht sie dir noch so ein schlechtes Gewissen so, wenn man das so sagen kann. Genau. Und ja, aber so kann man sich das vorstellen, ziehen sich viele Folgen so durch. Ich persönlich mag sehr gerne Folgen, die sich, ja, wie soll man sagen, in einem relativ kurzen Zeitraum abspielen. Ja, und das ist ja, war das in Echtzeit? Ich glaube, ja, oder? Nee, teilweise. Teilweise war es dann so. Also fühlte sich so an. Ja, genau. Und das hast du gut gesagt. Es fühlt sich in Echtzeit an. Ja. Und es spielt, ja, es spielt sich ja an einem Tag ab, so kann man ja sagen. Ja. Und es ist ja an einem Ort, ja, nur, es spielt sich ja hauptsächlich nur in dem Zug ab. Genau. Und ja, solche Folgen mag ich halt gerne, solche Sachen, solche Geschichten, die sich, ja, wo sich das, das ist mal was anderes, weißt du? Ja, und du bist ja auch gefangen in diesem engen Waggon oder in einem Zug, sagen wir, in dem Nachtexpress. Hat natürlich auch eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Film der Orient Express. Natürlich eine andere Liga und auch andere Action. Menschen, aber es ist, hat mich sofort daran erinnert, was aber nicht schlimm ist, weil man hat natürlich dann auch wieder so Bilder im Kopf, wo man das Ganze so ein bisschen schmücken konnte. Ja. Mir hat auch generell diese Stimmung trotzdem gefallen, weil du hast ja immer dieses Gefühl gehabt, wer ist es jetzt? Das stimmt. Und du hast irgendwie die ganze Zeit mit ihr mitgerätselt und das ist ja generell, was ich ja bei ihr gerne habe. Und man kommt auch eigentlich tatsächlich nicht drauf, wer es ist. Nee. Also, das war doch schon überraschend. Es sei denn, du verdächtigst jeden, der den Film hörst. Aber das ist ja dann, aber du, also bei mir war das so. Ich habe gedacht, der muss es sein. Nee, doch nicht. Nee, dann muss es der sein. Nee, doch nicht. Ja, kommen wir nochmal zur Mimi nochmal zurück. Was ich an ihr auch so toll finde, sie erinnert mich manchmal so ein kleines bisschen auch so an Columbo. Ja. So diese, ja, der Columbo ist ja auch so diese gewisse exzentrische Art, ein bisschen so schrullig. Diese unbeholfene Art. Genau. Dieses, man unterschätzt mich. Genau, dieses, genau das wollte ich sagen. Der Columbo wird ja immer unterschätzt. So, und das ist bei ihr genauso. Also man nimmt den Columbo am Anfang ja gar nicht wirklich ernst. Ja. Und irgendwann hassen sie ihn, weil er ja so penetrant aufdringlich wird. Ist aber gleichzeitig immer noch, ja, liebenswert und freundlich. Wenn es ein Ehepaar geben würde, dann sind die perfekt. Und das, ich habe früher ja total gern Columbo geguckt. Und das hat sowas. Ja, total. Sie hat echt so, da ist so der gewisse Charme und der Charakter bei ihr definitiv auch so ähnlich, ein bisschen wie es auch bei Columbo ist. Ja. Im Prinzip den Fall lösen konnte. So, das ist einfach total witzig dann am Ende. Also die Diskussion einfach am Ende. Ja, eigentlich, die Diskussionen zwischen den beiden sind ja eigentlich permanent. Ja, hat mich auch sehr an Watson und Sherlock erinnert. Das ist ja eigentlich vom Anfang bis zum Ende. Ja. Diese permanenten Diskussionen. Ja. Aber meistens hat sie ja auch dann recht. Bzw. nicht Sherlock und Watson, sondern Sherlock und Lestrade. So hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Ja. Also ist natürlich nicht dasselbe, aber diese Polizei, die nichts kann im Prinzip. Und dann einfach jemand, der das besser weiß. Und dann auch dann so manche von, auch so teilweise noch diese trockene Art dann noch, dieses, sie haben wieder gar nichts verstanden. Und trotzdem, obwohl ja so viel Spaß, Sarkasmus und Comedy dabei ist, ist da trotzdem ein sehr harter Kern, der spannend und eine gewisse düsterste. Das ist ja ähnlich auch, wie es bei Sherlock Holmes ja auch ist. Ich meine im Endeffekt, zum Beispiel jetzt, bleiben wir mal bei Columbo, ist es ja im Endeffekt auch so. Ja. Es ist immer ein düsterer Kern. Und das wäre eine eiskalte Morde. Genau. Das ist einfach eine geile Mischung. Du hörst wirklich gespannt von Anfang bis Ende. Und das nimmt mich total mit. Es wird ja auch immer sehr im Detail ja auch immer erläutert, wie auch die Menschen umgebracht wurden. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil das natürlich für den Fall ja auch sehr wichtig ist, wie man dann auf den Mörder kommt, zum Beispiel. Und ich würde schon sagen, dass wer sehr genau zuhört, auch eine gewisse Chance hat, zu erraten. Einfach eine runde Geschichte mit einem tollen Ende. Ja. Und ich glaube auch, gerade auch für Quereinsteiger, eine super tolle Folge, wo man einfach die typische Miss Rutherford kennenlernt und einen tollen Fall hat. Also wer einfangen möchte, kann mit dieser Folge super beginnen. Ja. Also das ist jetzt eine Folge, würde ich mal sagen, wo nicht so eine Hektigkeit ist. Genau. Und das ist so ein Ding, das... Total angenehm. Das kriegt dich irgendwie runter. Genau. Obwohl ja irgendein Mord passiert ist, aber klingt blöd, ist aber so. Ja. Ja, kommen wir zu den Sprechern. Auch da wieder ein großes Aufgebot an Top-Sprechern, also an sehr bekannten Sprechern. Also Mimi brauchen wir ja nicht nochmal zu sagen. Hatten wir ja in der Talkrunde schon gehabt. Das ist ja die Stammbesetzung quasi. Dann Inspector Van Dyck wird gesprochen von Udo Schenk, mega bekannt. Gary Oldman und Ray Liotta, genau, und Voldemort. Dann der Schaffner wird gesprochen von Michael Ivaneck. Ich hoffe, sprich ich es richtig aus. Auch sehr bekannt. Auch sehr bekannt, ja. Macht viele Militärfilme und so. John wird, also er ist unter anderem am Ende der deutschen Synchronstimm von, ich hoffe, ich spreche ich es richtig aus, John Fafro und von Zach Galifianakis. Das ist Alan Garner aus Hangover. Ja, genau. Dann ist noch dabei die Ariane Borbach, ist unter anderem eine der deutschen Synchronstimme von Uma Thurman und von Cate Blanchett und von Kathleen Sater-Jones. Dann Daniela Hoffmann, auch mega bekannt. Die deutsche Synchronstimme von Julia Roberts. Ja, mehr muss man nicht sagen. Genau, also wieder eine Palette von Top-Sprechern. Muss man aber auch sagen, was man von Maritim kennt. Also die gewohnte Qualität. Ja. Ja, also nach unseren Recherchen gibt es dieses Hörspiel glücklicherweise überall. Überall. Spotify. Streaming-Dienste einfach. Genau. Apple Music. Amazon. Einzelhandel. Alles. Überall. Und wie immer, die Hörspiellinks findet ihr natürlich dann wieder in der Videobeschreibung und auch auf unserer Webseite. Genau. Klicken und einhören. Einfach draufklicken und das tolle Hörspiel genießen. Genau. So, das war's dann wieder von uns. Kurz und knackig. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Hoffentlich konnten wir euch bei der Suche nach weiteren Hörspielen helfen. Welche Hörspiele sind eure Lieblinge und welche empfiehlt ihr uns? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.